ja leute hier ist mr jumpy und ich habe nur so ein ganz kleines kurzes video und zwar so als video antwort für crossing wolf und der mexican ja der hilfe und zwar habe ich ein verlierer gebaut ja das ist ein folge dass sie haben elf stück hier das sind elf mit wie ihr hier seht hat zum vergleich den kleinsten schnellsten feuer die nicht kennen daneben das sind auch die jump von der größe ist etwas größer und ja ich erkläre nicht wieder funktioniert das wird zu lange gedauern jeden fall der von java glaube ich auch das video gesehen da war größer der von der ist groß der von crossing wolf ist langsam und jetzt packt man die facke dran meiner ist auch langsam ich weiß nicht ob der schneller ist kann das ja weil ich muss mein zimmer ausprobieren auf jeden fall habe ich jetzt mal schnell möglich gemacht ich versuche noch noch schneller zu machen okay man kann man vergleich machen packen bei einem anderen bitte wir rechnen überall eins drauf und das ist so zack durch okay hier sieht man ja dass die impuls diese block am block sind kleiner geht nur wenn man sie halt miteinander macht das habe ich jetzt wirklich auch gemacht genau wie crossing wolf und und ja ich weiß nicht um die schematik hochladen werde ich werde es noch erst mal gucken wie ich den schneller bauen kann auf jeden fall sieht einfach stylisch aus oder ja bitte komm schon ja nur so als kleines video das jetzt das jetzt mal wisst habe ich gerne eine woche dran gebaut ohne ihn da ja er ist hier nur er ist bimbo und ja ich kann sehen was wohl wieder zu sagt und der fall ja das war wieder von mir weil bitte sitzt ich weiß nicht wenn ihr wisst was der kleinste von kompakt ist der volle da ist hier ist auch mein kopf bitte 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 gibt also wenn ihr wisst was der kleinste volle auf mein kopf auf youtube ist in minecraft sagt mir bitte bescheid danke das war's von mir und von meinem bimbo und ich sag tschüss wir sagen tschüss bis nächstes mal